Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Magica, mit mir Bufeltoni und joa, wir sind hier und stehen gerade, nein, so, ich glaube, es fehlt ein kleiner Abschnitt, im Gegensatz zum letzten Mal, nämlich, äh, wir haben eigentlich doch schon, wir waren noch kurz davor, den Grimnia anzugreifen, hier waren wir, soweit ich weiß nämlich schon, aber jetzt hier zumindest nicht. Hast du gefälligst auf mich anzugreifen, du fieses Bich? Ich sehe ja auch so viel, ey. Okay, ich heil mich einfach mal ein bisschen, jetzt mit der neuen Maus ohne die, äh, ohne das Mausrad, weil das bei meiner alten Maus kaputt gegangen wäre, ist ein bisschen scheiße gerade, weil ich brauche es zum Selbstheilen. So, komm, oh mein Gott, wenn der mich jetzt schon, nein. Aber ich muss jetzt mal wieder in das Spiel reinfinden, es ist jetzt nämlich nach den Ferien, also nach dem Urlaub noch, wo ich war, und deswegen muss ich erst mal wieder ein bisschen hier in das Game reinfinden. So, da explodiert ein bisschen. Oh, nee, Alter. Komm, greif mich an. Oh mein Gott, da, oh nein, da kommen immer mehr von den Viechern, oder? Ich muss einen Ausweg finden, einen Ausweg. Oh nein, Alter, die Teile sind scheiße, ey. Ah, ach so, wie war das, ich muss mich nur ganz nah vor die stellen und die ganze Zeit Blitze schießen. Ähm, aber davor mache ich ihn natürlich nass. So. Ach, ich hatte, ach, vor dem letzten Mal hatte ich so einen Stab, das Strahlzauber die, dauerhaft auf, äh, dauerhaft, äh, machen kann. Deswegen war ich so, deswegen kommt mir der Schaden gerade so niedrig vor. Aber, äh, ist er ja eigentlich nicht. So, komm, du Arsch. Oder lass mich einfach durch. Ist mir egal. Hui. Ich gebe dir ab's mal. Du hast dich nicht anders verdient. Oh mein Gott. Der BMT-Train hat mal wieder was vergessen, das ist gar nicht gut. Und deswegen muss ich mal ganz kurz hier die Aufnahme pausieren. So. Jetzt haben wir das gemacht, was wir machen wollten, nämlich, ich musste wieder 10 Minuten Parts einstellen. Kann ich eigentlich Blitz und Wasser gleichzeitig? Nein. Das geht leider nicht. Das wäre irgendwie cool. Kann ich nicht einfach. Warte, wir gehen nochmal die Minen. So, ne? Ah, die machen mir aber auch Schaden, soweit ich das hier mitkriege. Irgendwie muss ich hier was Besseres hinkriegen. Zum Beispiel sowas. Ne, der überlebt mir noch zu viel. Das ist nicht gut. Ah, genau. Das kann ich aufrechterhalten. So war's. Genau. Das ist schön. Ja, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Hier, dieser Astral plus Blitz, die kann ich aufrechterhalten. Das ist natürlich sehr schön. Da steigt der Schaden bis ins Unendliche. Das ist einfach nur geil. Ich feiere das gerade extrem. So, ich mache ihn gleich mal nass und dann gebe ich ihm nochmal das. Weil mit Astral und Blitz ist es ja nochmal ein bisschen fieser dann. Aha. Ah, da explodiert er. Hoffentlich war das jetzt nicht zu... Ach, das ist... Ah, das ist er, das Auge. Ich habe das ja schon hier gerade an. Also nicht an, sondern... Ah, das Dämon... Hört ihr mal auf damit. Das ist lächerlich, ey. Ich hasse es, wenn die mich schlagen. So. Hier muss ich lang. So viel weiß ich noch. Das habe ich aber schon mal gespielt, Leute. Aber zum Reinkommen ist eigentlich ganz gut, dass ich noch ein bisschen wiederholen muss. Ich hatte beim letzten Mal vergessen, dass man Kontrollpunkte braucht, damit man das dann so schafft. Also, dass man Kontrollpunkte braucht, damit... Ähm... Wie war das jetzt? Man braucht die Kontrollpunkte, damit da abgespeichert wird, so. Ja. Er lädt irgendwas. Okay. Okay. Wir sind hier auf einer Treppe noch weiter nach oben. Das ist... Joa. Schon beeindruckend. Und jetzt... Ah! Soweit ich weiß, kommt jetzt nämlich Grimnir. Ja. 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 oh nein alter ich bin in seinem geist drin ach du scheiße das ist richtig fies hier gerade ich muss wahrscheinlich ist dahinten nein nein wahrscheinlich keine ahnung wie er geschadet wird wenn ich es wüsste ach du scheiße da hoffentlich kann ich hier nicht runterfallen das wäre nämlich das aller fieseste ane alter jetzt habe ich mich selbst angezündet und jetzt bin ich nass warte minen nicht dahin ah sehr schön so was ist das hier so zack oh mein gott weg so sein leben sinkt wenn ich seine wellen besiege oh nein alter geht doch weg in noodle köpfe warte vielleicht kann ich das auch mit minen sehr schnell klären ja tatsächlich wir fliegen dann einfach runter das ist schön sehr schön wenn die wenn ich schaffe dass die ja nein 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 verdammt da bin ich in der eigene strom meiner teile geflogen hat das gar nicht gut ich darf hier nicht lächerlich verlieren ok die besiege ich jetzt einfach mit feuer schön ah nein alter wie kann wie besiegte man die noch mal keine ahnung wie besiegte man die am besten nein scheiße 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 da bin ich zu nah an die angegangen aber jetzt habe ich verloren natürlich ja jetzt noch mal grimmlis geist so wie hatte ich die hatte ich auch mit oh mein gott nein die hatte ich genauso mit minen besiegt die minen machen es zu einfach sie zu besiegen aber man kann selber zu einfach bei drauf gehen so so schön geschafft die erste stage dann geht es gleich in die nächste so ich darf nicht in meine minen laufen das wäre sehr fatal auch scheiße alter da hat mich der baum geschlagen hat der baum was alter was zur hölle war das ich habe es zwar geschafft aber das war alter ja konflikt weg ich fliege raus ja auch sein wieso und ein alter ich will nicht irgendwie von meinen eigenen minen runtergeschmissen werden aber schön schon geschafft war ja gut dass das immer so ich ja